Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder soweit, wir testen einen Ninja Foodie. Und zwar den 10 in 1 Multifunktionsofen, der bis zu 40% schneller als ein gewöhnlicher Umluftofen backen soll. Ja, er kann nicht nur backen, er kann auch braten und Gemüse garnieren und Pommes und Pizza und Grillen und 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 und. Und ja, auf jeden Fall ein schönes Gerät in meiner Foodie-Sammlung und ich bin auf jeden Fall schon total gespannt darauf, was man damit alles so schönes zubereiten kann. Komplette Mahlzeiten kann man darin zubereiten und 90 Sekunden soll für das Vorheizen ausreichen. Garen Sie mühelos eine 5,5 Kilo schwere Pute, eine Pizza von 30 cm soll reinpassen und jede Menge andere Sachen, die man schön da drin frittieren kann. Im Lieferumfang sind auch jede Menge Zubehörteile dabei, wie zwei Grillröste, ein Backblech, ein Bratenblech, ein Heißloch Frittierkorb, sowie ein herausnahmiges Grübelblech und natürlich wieder ein schönes Kochbuch. Hier sehen wir als erstes das Krümmelblech, was in der untersten Reihe eingeführt wird und verhindern soll einfach, dass da Verunreinigung auf den Boden kommen. Dann sehen wir hier den Frittierkorb in gewohnter Ninja-Qualität, dann noch den Grillrost, davon haben wir zwei Stück, ein Bratenblech, auch emaliert auf jeden Fall, das Backblech für Kuchen und so weiter, auch emaliert. Dann haben wir dabei ein Handbuch, wieder sehr, sehr schön alles erklärt da drin und sehr ausführlich auf jeden Fall. Dann ist wie immer auch ein Schnellstart und Rezeptanleitung dabei, die wie immer sehr, sehr schön bebildet ist und einige Tipps schon wieder gibt, wie man am besten die Gerichte zubereitet. Hier sieht man zum Beispiel das Bedienfeld erstmal erklärt im Einzelnen, dann die einzelnen Zubereitungsfunktionen, ob mit Heißluft oder mit Grillfunktion, finde ich auch sehr, sehr schön wieder erklärt. Da macht sich auf jeden Fall Shark Ninja immer sehr viel Gedanken und da kommt man eigentlich sehr, sehr gut klar dann mit so einem Gerät. Ja, hier nochmal die Auflistung der einzelnen Roste, wie man sie am besten einsetzt. Ich habe aber auch schon ein bisschen umgespielt, also man muss sich jetzt nicht unbedingt immer da alles dran halten. Dann ein ganz wichtiger Hinweis hier, dass man verschiedene Öle nicht benutzen soll, das sollte man vielleicht beachten, sonst kann es da zur Rauchentwicklung kommen. Ja, dann hier noch so ein paar Mahlzeiten mal in Übersicht, wie man die am besten zubereiten kann. Und dann kommt natürlich gleich wieder wie gewohnt Tabellen, wo man dann wieder sieht, für welche Gerichte man welche Garzeiten hat. Aber wenn man schon den Ofen mal bedient hat öfters, dann kriegt man es eigentlich ganz gut hin. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Gerät sehr, sehr schnell Essen zubereitet. Sogar ein bisschen schneller gefühlsmäßig wie in meinem Bosch Backofen, finde ich also sehr, sehr gut. Dann schalten wir als erstes mal das Gerät ein und schauen uns das Bedienfeld an. Dort kann man die einzelnen Funktionen durchschalten, sieht dann auch schön auf dem Display die Zeit und die Temperatur sowie Funktionen wie Licht einschalten. Und ja, man kriegt die auch schön angezeigt, an welchen Position man am besten die Roste platzieren sollte. Finde ich sehr, sehr gut und praktisch auf jeden Fall. Das Gerät selbst hat ein gebürztes Stahlgehäuse und wirkt in der Verarbeitung sehr, sehr gut. Und optisch auf jeden Fall ansprechen, dass man es auch sehr, sehr gut in die Küche integrieren kann. Dann schauen wir uns mal den Garraum an, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Auch die Tür ist mit einer Dichtung versehen und auch die Heizspiralen machen einen ordentlichen Eindruck. Und für einen Umluftofen verfügt er natürlich über einen Lüfter. Ja, erfreulicherweise findet jegliches mitgelieferte Zubehör hier einen Platz in dem Stauraum und kann hier schön untergebracht werden, sodass nach jeder Benutzung alles schön wieder verstaubt ist. Bevor ich meistens solche Videos dann online stelle, probiere ich sie wirklich dann auch mal aus die Geräte. Heißt also mal schön diverse Sachen zubereiten. Und ausnahmslos ist wirklich alles gelungen und es war jetzt nichts, was wirklich Ausreißer dabei waren. Also war da schon sehr, sehr happy mit und freue mich schon auf den zukünftigen Einsatz damit. Ja, ansonsten will ich mir noch ein bisschen was zu dem Gerät erzählen. Währenddessen laufen noch ein paar schöne Bilder im Hintergrund. Jeder Foodie hat seine speziellen Einsatzzwecke, wie auch dieser Ofen. Da empfehle ich immer mal, meine anderen Videos vorher anzuschauen und sich dann mal so ein bisschen ein Bild zu machen, was man denn eigentlich mit dem Gerät später zubereiten möchte. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, das ist ein super Gerät für zum Beispiel Single-Haushalte oder wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt irgendwie noch einen zweiten Backofen haben, um einfach noch irgendwas zu backen. Zum Beispiel ein Brot oder so, währenddessen, wo vielleicht der große Ofen einfach läuft. Ich finde das Gerät ist super verarbeitet und gibt zwar hier und da noch so kleine Stellen, was man noch besser machen könnte an dem Gerät. Aber nichtsdestotrotz überzeugt, das geht auf jeden Fall. Und ist, glaube ich, für die Preisklasse wirklich mehr als in Ordnung. Ja, hier sieht man übrigens schon einen kleinen Vorgeschmack auf meinem nächsten Video. Da wird es mich um das Thema Foodie nochmal gehen und dann gehen wir ein bisschen mehr in die Praxis rein. Also, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich freue mich, wenn ihr mir gerne einen Kommentar hinterlasst. Danke und bye bye.